Ich bin André Gaspari und in der 24 Bensis Nerkowski und Ia Meyer. Und um den Kollegen noch einzulassen, Sie kommen bitte auch zuerst mal her. Treten erst mal auf die weißen Füße hier vorne. Dann werden Sie mit beiden Beinen auf den Fahrersitz steigen. Und halten Sie erst mal. Und jetzt dürfen Sie durchrutschen. Ne, 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 Beine bleiben vorne. So, Beine bleiben, gehen ein bisschen rüber. Genau, und hier sind Ihre Kräfer. Dann schicken wir ordentlich an und machen wir eine Schnelle. Ohne, schön, okay. Machen wir eine Schnelle oder eine Locker? Ne, eine Schnelle, eine Schnelle. Ende auf die Schnelle. Genau. So, hey. Jetzt machen wir ein bisschen. Kleiner Pfeffer. Die Bahn ist frei für Wop 23. Und ab. Ah! Okay. Die Bahn ist frei für Wop 3. Das ist ein bisschen. Also schön war das an. Alles gut, doch.